Hallo, herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Mein Name ist Carsten Ahndt und ich wollte auch gar nicht lange stören. Ich will nur eins sagen, das Polo-Shirt gibt es jetzt zu kaufen. Das blaue, dieses wunderschöne blaue Alte Schule Polo-Shirt. Und das Beste, es wird auf jeden Fall individualisiert mit eurem Namen. Ich habe ganz viele Leute jetzt hier bei uns im Keller sitzen, die sticken das da rein. Händisch. Also, da kann man doch nichts sagen, oder? 59 Euro. Der Shop ist www.seventylove.de. Und jetzt viel Spaß beim heutigen Video. Und einmal waren wir in Japan, das willst du ja hören, gell? Ja, genau. Da hat der Reinisch vergessen, Zimmer zu bestellen. Peter Reinisch, dann rennt mich Alk auch, oder? Manager, gell? Dann waren wir da im Fuji oben, haben wir dann ein Hotel gefunden, gell? Und ich habe ja immer, als Wirt muss ich ja etwas dabei haben. Macchi, Macchi, sagt die, glaube ich, in Deutschland. Aromat und natürlich Williams. Williams-Schnaps. Am Abend haben wir immer da so einen Kaffee Williams getrunken. Das ist ganz dünn, gell? Und dann waren wir da oben und dann waren... Nee, 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 nee. Was ist genau ein Kaffee Williams? Was genau ein Kaffee Williams ist? Das ist Zucker, Wasser, ein Kaffeelöffel Kaffee, also von einem fettigen Kaffee. Nicht so ein Pulver. Und dann musst du das halt trinken, der Williams, der ist der Rest dazu. Ein Williams. Du hast es ja heute probiert, glaube ich, oder? Ich habe es aber nicht freiwillig. Ich musste es probieren. Du musst es ja probieren, ja. Ich habe es wund. Die meisten möchten es probieren. Ja, und wenn du das normal trinkst, ist das halt als Medizin, oder? Und da die Mädchen, die haben immer gekichert, also es waren so 18, 19, 20-jährige Mädchen. Die Familie war schon im Bett und die wollten das probieren. Okay, dann haben wir gesagt, probier doch das, ist gut, oder? Aber nicht zu viel. Dann haben die halt was getrunken. Und da konntest du so sehen, innerhalb von einer Viertelstunde, wie die noch mitgekichert haben. Und sind dann ins Bett gegangen, wir auch. Am anderen Morgen ist die Familie gekommen von diesen Mädchen und hat gesagt, raus. Wir wollten ihre Mädchen abfüllen. Dabei wollten die, die haben gedacht, das ist Tee. Das war halt ein Kaffee Williams. Dann mussten wir halt wieder ein neues Hotel suchen. Haben wir auch gemacht und gefunden. Das war halt ein Kaffee Williams. 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 Untertitelung des ZDF, 2020